Ich bin Gottfried Adolf Bären, gestatten, das Papiermännchen genannt. Ich sammelte im 19. Jahrhundert Müll auf, weil meine Rente zu wenig war zum Überleben und zum Sterben zu viel. So, nun wandere ich hinaus und sause in den Schlosshof. Zu Betty, da ist sie schon. Wir zwei diskutieren heute über Erinnerungskultur und wir beide sind der Meinung, dass es hier ziemlich viel davon gibt. Okay, tja, über uns zum Beispiel schon finden wir nämlich die ganzen Räume, die Prunkräume der Fürstepter und Fürstbischöfe des 17. und 18. Jahrhunderts. Tja, und auch die Fassade des Schlosses. Man kann dort heiraten, man kann vieles machen im Schloss. Schaut es euch mal an, wenn ihr vorbeikommt. Wer war denn der Gründer? Na, den werden wir gleich finden. Bonifazus, der gründete hier ein Kloster im 8. Jahrhundert. Unter seinen Füßen steht geschrieben, das Wort Gottes gilt in Ewigkeit. Tja, und wo liegt er, ruht er heutzutage? In einem barocken Dom. Denn er wurde so berühmt, dass man um ihn herum immer mehr Kirchen baute und dann im 18. Jahrhundert einen tollen barocken Dom. An Erinnerungen erinnern auch moderne Kunstwerke wie hier von einem Künstler namens Walter. Und wo gibt es ganz geballte Erinnerungen? Natürlich im Museum. Sakrales hier, gleich neben dem Dom. Das Dommuseum. Oder auch weltliches hier. Das von der Auen Museum. Zwischen Kassel und Frankfurt gibt es kein größeres. Tagtägliche Sachen sind zum Beispiel die Werbung vom Urmacher damaliger Zeit. Oder aber auch zum Beispiel vom Metzger. Alles Schriften, die heute noch erhalten sind, die ich so ein wenig in der Art kannte. Ja, Betty besser. Und die Bäckerei Sennefelder. Nun kommen wir noch zur Stadtmauer. Logisch. Ein Turm von vielen. Und nun der ganz moderne archäologische Park, den die Betty schon ganz oft begangen ist. Es wird Nacht. Ich muss nach Hause. Und Betty bringt mich mit einem Kuss zum Schluss. Direkt dorthin, wo ich immer verbleibe. Euer Gottfried Parent. Wer hat's gemacht? Die Carina, Betty, das Papiermännchen. Und der True.